Hier kommt noch ein Schrank hin, hier kommt ein Füttenschlüssel hin und hier ist Kylo. Wir dürfen ja eigentlich gar nicht parten, wir dürfen nur Familien parten. So, die Jungs meinen das wohl der beste Kräftige auf der Welt? Der beste Kräftige der ganzen Universität, Digga. Du hast noch nie einen besseren Kräftige gegessen, Digga. Und damit stehe ich mit meinem Namen. Beste Kräftige. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Aha, oooohhhhhh, ein Feini. Buna lan? E bümden daha güzel lan. Boah, denger das Hotel, ist schon geil. Beşiktaş'in Gençoğlu, Beşiktaş'in Genç Yıldızı, Beşiktaş'in Gençoğlu. Boah, da. Riema, sie machen Gürtel. Abi, ist es noch güzel mi? Güzel, Gürtel, 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 Gürtel. Aga, ben zehne mi çekiyonuz? Abi, bunlar korralı mı? Evet. Güzel. Kaspar, ha? Ücretler burada yazıyor. Hamdi Lille. Abi, 680. Haa! Haa! Einer wichser. Haa! Hauf zu wichsen, Mann! Will duschen, Mann! Hast du Angst bekommen? Mo'nianya! 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 Unsere Hotelzenehrnehmer dafür bekannt, dass wir gute Aussage standen. Diesmal habe ich keine guten Nachrichten für euch. Sechs Stunden später. Ich hab die Vlogcam, Digga. Das ist unser Brot hier. Spiel nicht mit unserem Brot, Digga. Nein, nein! Nein, nein! Du wirst da anders, dich als falsche Arzt, Leute! Komm raus! Komm auf, jetzt! Willst du mich verarschen? Digga, das ist der Drip. Das ist kein Drip. Das ist Drip. Bist du Montana Black oder was? Keine Jeans und Sandalen, ne, alle Haken, oder? Ein paar Sekunden später. Unser Auto steht bereit. Los, Izmich! Schön, dass du hier bist, Digga. Ey, du verbringst dich schon, aber schreckst dich mal. Digga, man kann sich nicht abdrehen. Nein, wenn du schon schon wieder bist, dann muss ich nicht raus. Alle beide, Digga. Und der eine fress gleich Schwanz an in der Lade. Ja, ja. Du bist nicht. Ja, wer wohl? Das ist schon krass. Meine Fresse, Alter. So, Izmich, zeig mir, was du drauf hast. Unser Auto steht schon bereit. Hallo, Palenboss. Boah, ich bin hier. Mein Name. Böde, böde. Was ist das? Ahaa, kıyakmış lan bir de la. Kamera gören Masum kucalamı. Can ich ihnen bei Filistain. Sonra neydi? Can ich ihnen, ich bin, auto. Auto, zumach. Ancım var, Aga. Kuzenim var benim, Alman vatandaşı. Tırları var böyle, zengin Alman yok. 12 Sekunden später. Erst maschine, Murat. Valla, erst maschine. UFO 361. Valla. Güzel, değil mi? Güzel, değil mi? Alman dışarı kadar güzel bir abi ya. Güzel, değil mi? Güzel, değil mi? Parkplätze in İzmir, bruder. Parkplätze in İzmir gibts nich. Park yerinden bunu koyayım. Çatara patara desene çatara patara. Çatara patara. Eller ziller evvel. Sel anlat, Almanya bir sel anlat. Almanya ne anlatayım. Keşke ben de yaşasam, diyor. Mir ist eine Sache auch gefallen, Leute. İzmir sind sehr schöne Frauen. Bombe. Mihri Bağır, sevdiğim Mihri. İstek var sonuçları baba. Can, durak. Can, gelin lan buraya. Nereye gidiyorsun? Yüzünü kışa çevirdim. Karlar yadı, başa Leyla. Bir an oldu evim yurdu. Ne söylese, boşa Leyla. Ne söylese, boşa Leyla. Boşa Leyla. İzmir İzmir? İzmir, ya da. Hallo J.P. Jetzt ist es offiziell hier. Bok war. Was ist das? Was ist das? Ich wollte heute sagen. 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 Was ist das denn Alta? Wir sind hier an der Strand. Ja, bedava. Ich wollte heute sagen. Was ist das denn? Ich wollte heute sagen. Dankeschön. Ich bin hier. 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 Ein Lidaki. Ich bin ein Ausländer, wir sind der Altmonton Stern. Freunde, ich zeig euch jetzt was und ich glaube, das ist was Einmaliges für euch alle, Digger. Wir drehen uns in 3, 2, 1. Digger, in echtes hat das gelaufen. Perfekt, Digger. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Leute, wir haben in 28 Minuten Ausländer gekauft und das erste, was ich immer gemacht habe, ist ein Babyhund zu kaufen. Naja Jungs, es ist immer noch mein Kanal. Man sieht mich sehr selten in diesen Videos. Drei Stunden später. Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder aus. Die Schilder aus. Drei Stunden. Drei Stunden. Drei Stunden. Musik 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 Funktion Nicht, Jones Schina, Schina, Schina So, Jones. Test mal. What the fuck, Digga? Boah, Waller, gell. Wie heißt du? Thailand. Ja gut, Tyson. Willkommen in Bangbas. Wir wollten Salz kaufen, wir haben kein Salz. Und Thailand, der Ehrenmann, hat uns Salz mitgebracht. Ehren-Thailand in den Chat, Digga. Ehren-Thaisen in den Chat, Digga. Seid ihr live? Nein. Nein. Los, Thailand, du es! Schaff das! Freunde, alles schön und gut hier. Kalka, Pool, Mules. Alles schön aussichtig. Geil. Diese Baustelle. Ja, was ist? Was denn, Jones? Ist was? Ja. Was ist das für eine Baustelle? Adam Morgen lang grillatst, ne? Kim Sinan. Adam Morgen lang. Kim Sinan. Youtube doch alles nicht. Kim Sinan. It's Thailand time. Und Thailand ist dabei. It's Thailand time. Ozan ist dabei. It's Thailand time. Janabi ist dabei. Es ist Thailand time. Es ist Thailand time. Komm, Thailand, wir spielen jetzt UNO. Oder sollen wir eher einmal ausspielen? Oder pokern. Kannst du pokern? Ah, du kommst schon, Digga. Du musst noch ein bisschen jünger sein für YouTube, Mann. Es ist Thailand time. It's Thailand time. Thailand ist dabei. Los, schlag ihn. Schlag ihn. Komm, tu es. Ohne Schirm. Ja, was ist denn? Ohne Schirm. Okay, gib den Thailand. Also probieren. Hatte ich gerade vor. Ich hab noch den Forkasse gemacht, damit ihr nicht vergiftet. Taylo, komm. Komm, probier. Es ist Thailand time, komm. Perfekt, Digga. Bisschen Steak essen. Bisschen Fütter lassen. Ja. Jungs, es gibt eine goldene Regel bei Sucuk. Oder ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ich liebe, dass du verbrannt, Digga, wenn es ein bisschen schwarz ist. Die ist das, Digga. Taylo, du bist doch schwarz. So, ich mach Thailand ein Sucuk Sandwich. Pass auf. Los, Thailand time. So, Ketchup. Mhm. Zack. Bisschen Senf. Zack. Mach ein wenig. Dann. Däger. 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 Ey! Fahre, fahre, fahre. Däger. 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 So Leute, wenn ihr wissen wollt, wen die Hunde von uns dreien angegriffen haben, dann gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Samstag wie gewohnt um 12 Uhr morgens wieder. Okay, tschüss.